Schalten wir nach Brüssel zu Michael Grütz, unserem Korrespondenten. Deutschland ist in der Verantwortung der EU-Ratspräsidentschaft, will heute Nachmittag abstimmen lassen. Ist das klug? Nun, einerseits ist ja der Haushalt und auch der Rechtsstaatsmechanismus, der jetzt auch dazugehört, mit dem Europäischen Parlament ausgiebig und bis zum Schluss verhandelt worden. Darüber hinaus ist eine überwiegende Mehrzahl der EU-Mitgliedstaaten auch dafür, dass man Gelder nicht einfach in Zukunft auszahlt, auf die Gefahr hin, dass sie irgendwo in Korruption versickern oder wo Gerichte möglicherweise nicht mehr unabhängig urteilen können. Und deswegen kommt man nun zu dem Schluss, das auch irgendwann mal durchbringen zu müssen. Denn wenn nur Beschlüsse auf dem Tisch liegen, sie müssen ja auch mal verabschiedet werden, damit am Ende das Geld fließt. Und die Länder warten darauf, ab Januar gegen die Verwerfungen der Corona-Krise in ihrer Wirtschaft was investieren zu können. Dieses Paket ist wichtig, 1,8 Billionen groß. Und das alles könnte nicht ausgezahlt werden, wenn man jetzt nicht langsam auch mal einen Deckel drauf macht. Ja, ausgezahlt werden. Das ist das, was zum Beispiel Italien befürchtet. Da könnte es ordentlich ins Kontor hauen. Was ist denn, was passiert denn, wenn Veto gezogen wird? Man hat ja gesagt, Orban, der pokert eventuell, aber jetzt mit Polen dabei. Was passiert dann? Nun, von Gesprächspartnern aus Ungarn, die Orban sehr gut kennen, sogar mit ihm befreundet waren, habe ich gehört, dieser Mann blöfft nicht. Das ist das, was wir auch an anderer Stelle schon mal mitbekommen haben. Andererseits gibt es einen gewissen Unterschied in der Tonalität. Orban bezeichnete noch vor wenigen Tagen die Europäische Union im Vergleich mit der Sowjetunion, der alten Sowjetunion. Das muss man sich erst mal auf der Zunge zergehen lassen. Und sagte, wir wollen ein Veto einlegen. Damit rechnen heute auch alle. Polen hat sich zwar auch dagegen gestemmt, aber doch nicht so strikt und so schrill, wie das aus Ungarn zu hören war. Und die große Frage wird jetzt sein, wird nur Ungarn heute dagegen stimmen? Kann es sich dazu auf die Verbündeten verlassen, wie Polen oder eben nicht? Und wenn Ungarn alleine da stünde, komplett isoliert von allen anderen, wäre die Situation natürlich deutlich problematischer für Orban, als wenn dann auch noch Polen oder vielleicht auch noch andere dagegen stimmen. Also das ist abzuwarten. Und was abzusehen ist, ist, und das war von einem offiziellen hier, von einem wichtigen Diplomaten zu hören heute, wenn Ungarn dagegen stimmt, dann steht die EU vor einer erneuten, schweren Krise. Und das hieße? Neuverhandeln. Nun, das hieße zunächst mal, also Neuverhandlungen ist eine Frage, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Europaparlament und dass die Länder, die sich für diese Art von Mechanismus ausgesprochen haben, dieses Paket noch mal aufmachen. Neuverhandlungen in der Frage dürfte es nach meiner Einschätzung jedenfalls ohne weiteres nicht geben. Zunächst mal würde das Thema wahrscheinlich auch in der Botschafter-Ebene heute vertagt, sodass dann die Spitzen um Merkel, von der Leyen und verschiedenen anderen Staats- und Regierungschefs und hohen offiziellen EU-Verhandlern, dass dann diese Sache mit Orban noch mal direkt ausgefochten werden muss. Aber es wäre eine Krise und es würde die Auszahlung noch weiter verzögern. Und es wäre dann interessant zu sehen, wie Orban das zum Beispiel in Italien, Spanien, Frankreich oder anderen Ländern, die dringend auf diese Gelder angewiesen sind, erklären will, dass die Solidarität, die Ungarn seit dem Fall der Mauer, seit dem Fall des Eisernen Vorhangs aus der EU bekommen hat, wie diese Solidarität er jetzt interpretiert, wenn es darum geht, die Corona-Probleme in der Zukunft zu heilen. Als hätten wir nicht schon genügend Probleme, kommt auch das noch. Dankeschön, Michael Grütz, für die frischen Einschätzungen aus Brüssel. Dankeschön, Michael Grütz,